Okay, so, herzlich willkommen zurück, heute mit dem Reshapen. Reshapen ist ein wichtiger Mechanismus in NumPy und trotzdem wird er leider relativ häufig kaputt benutzt. Und deswegen lasst mich euch folgendes zeigen. Wir haben ja Flat uns gebaut. Flat ist ein geflattenntes Array hier oben. Das heißt, wir haben hier eigentlich die Shape 4, 3, 6 gehabt mit einfach irgendwelchen Zahlen oder irgendwelchen Gleitkommazahlen innen drin und haben das dann geflattet. Flatten bedeutet, um das nochmal ganz kurz zu zeigen, es ist halt einfach alles flach. Daher der Name Flat. Es ist halt einfach alles in nur noch einem einzigen Vektor drin. So, und natürlich kann ich jetzt hergehen und das Ganze wieder zurückwandeln in eine andere Struktur. Ich kann mir aber jede Struktur ausdenken, die ich möchte. Und dazu möchte ich mal ganz kurz ein kleines, einfacheres Beispiel geben. Und zwar, wir starten mit einem NP.Array aus Range von, sagen wir, 42. Nee, wobei, sagen wir, 24, weil 24 lässt sich so wunderschön durch alles teilen. So, wir haben hier also ein Array, das die Zahlen 0 bis 23 jeweils enthält. Okay, so, und das reshapen wir jetzt mal. Ich mach das mal to shape. Ich mach das mal in eine extra Variable mit dem Namen to shape. Und hiermit können wir uns jetzt definieren, welche Form das eigentlich genau haben soll. Wir können also sagen to shape.reshape und zwar zum Beispiel mit einem 12,2-Array. Okay, was wir bekommen, ist dann offensichtlich das da. Wir bekommen 12 zweier Arrays, also 0, 1, 2, 3, 4, 5. Und zwar mit genau diesen Zahlen. Wir ordnen die Zahlen sozusagen neu. Denn ich hab euch ja letztes Video auch schon erklärt. Die Zahlen stehen einfach nur hintereinander im Speicher. Die shape bestimmt, wie wir die Zahlen interpretieren. Ist das jetzt ein Array aus Arrays? Oder ist das vielleicht einfach nur ein Vektor? Oder ist das sogar ein Array aus Arrays aus Arrays aus Arrays? Was weiß ich? Da könnt ihr das reinmachen, wie ihr wollt. Das bedeutet, ihr seid nicht angewiesen auf eine 12,2-Shape. Ihr könnt auch eine 2,12-Shape haben natürlich. Das wäre dann zwei 12er Arrays. Ihr könnt aber natürlich auch statt 12 zum Beispiel 4,3 machen. Das wären dann zweimal eine 4,3-Matrix oder auch zweimal eine 4 oder zweimal 4 Listen mit jeweils drei Elementen. Also zwei Stück davon. Hier eins und zwei. Und jede davon hat vier Teillisten. Und jede dieser Teillisten hat eins, zwei, drei Elemente. Ihr könnt das Ganze sogar auf die Spitze treiben. Mehr geht mit 24 tatsächlich nicht. Und könnt hier zwei, zwei, vier draus machen. Das heißt, ihr habt hier quasi zwei Teillisten, die jetzt hier allerdings ein bisschen selten dargestellt sind. Also eigentlich ist das hier oben eine Teilliste. Und das hier unten ist die zweite Teilliste. Ihr seht das an den Dreierklammern hier. Also das hier sind Dreierklammern. Hier sind es nur Zweierklammern. Hier genauso. Das ist eine Zweierklammer. Das ist eine Dreierklammer. Und das hier ist eine Viererklammer. Die Viererklammer ist quasi Anfang und Ende. Und jede dieser Teillisten enthält zwei Listen. Das wären die beiden, beziehungsweise die beiden, beziehungsweise die oder die. Und jede dieser Teillisten wiederum enthält drei Elemente. Also es geht wirklich sehr, sehr viel. Ihr könnt die kombinieren und reshapen, wie ihr wollt. Und jetzt, um nochmal zurückzukommen auf Flat. Ich kann natürlich mit einem Reshape auch wirklich wieder zurück zu dieser Form hier kommen, wenn ich diese Form kenne. Das bedeutet, ich kann hier einfach nachspicken. 4, 3, 6 hatten wir. Und kann hier sagen, okay, ich möchte wieder zurück zu meiner alten Form. 4, 3, 6. Und dann bekomme ich wieder exakt das raus, was ich oben eingegeben habe. Egal, ob ich geflattet habe oder nicht. Das ist wirklich nur eine Verarbeitungssache. Im Speicher ändert sich hier gar nichts. So, und ja, der witzige Punkt ist jetzt natürlich, ihr könnt auch ein 3, 4, 6 draus machen. Oder ein 4, 3, 3, 2 oder sowas. Ihr könnt im Endeffekt draus machen, was immer ihr wollt. Und natürlich kann ich auch mein normales Array nehmen. Also np.temp hieß das. Punkt Reshape. Und ich kann jetzt hier einfach hergehen und sagen, okay, das soll bitte einfach nur ein 1, sein. Beziehungsweise eigentlich ein, ja, wobei, probieren wir es einfach mal so. Dann seht ihr, warum ich mich vertippt habe. Ähm, es sind eigentlich 72 Elemente drin. Wir müssen ja die Anzahl an 72, äh, an den Elementen müssen wir hier irgendwie widerspiegeln. Und, ähm, ja, das müssen wir hier tatsächlich so eintragen. Also ein 72er Array sollte hier schon, ähm, passen. Und dann haben wir plötzlich auch genau das, was wir mit Flatten bekommen haben. Wir bekommen hier die richtige Shape von unserem Vektor raus. Wir bekommen einen Vektor aus der Matrix. Im Endeffekt ist np.temp.reshape von 72, genau dasselbe wie Flatten eigentlich. Und wenn wir jetzt nochmal ein bisschen weiter hergehen. Wir wissen ja eigentlich nicht unbedingt, dass das Ding 72 Elemente hat. Was wir also machen können, ist, wir können die Anzahl an Elementen berechnen. Und zwar, indem wir hier np.temp.shape auslesen. Und zwar, ups, von 0, von 1, ups, von 2 und so weiter und so fort. Ähm, also, jeweils davon auslesen. Denn np.temp.shape, um das nochmal kurz zu demonstrieren, ähm, np oder generell irgendein Dings.shape ist ja eigentlich bloß diese Darstellung hier. Das ist einfach nur ein Tupel. Und ich kann jetzt sogar hierher gehen und kann sagen, okay, ich möchte einfach nur alle Tupel aufsummieren, ja. Und wenn ich alle Tupel aufsummiere, bekomme ich auch, ja, ja, aufsummieren ist natürlich Quatsch. Ich will sie aufmultiplizieren. Ähm, und dafür gibt es sogar eine eigene NumPy-Funktion, NumPy.prot von Elems, äh, beziehungsweise np eigentlich, np.prot von Elems. Das wäre dann die, ähm, Multiplikation aller Elemente. Ich rechne sozusagen diese Shape auf 4 mal 3, was 12 ist, mal 6, was dann am Ende 72 ergibt. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach sagen, okay, ich hätte ganz gerne np.prot von, naja, von was, von np.temp.shape. Und damit habe ich quasi diese, diese Variable hier komplett eliminiert. Ich muss nicht mal mehr drüber nachdenken. Ich habe im Endeffekt automatisch alle Elemente in einen Vektor reingeschrieben. Und, naja, was ich hier jetzt habe, ist im Endeffekt eine Umschreibung für Flatten in meinem Reshape. Ich dachte mir als kleine Übung, war das definitiv mal nötig oder konnte man das definitiv auch mal machen. Ähm, ich hoffe soweit, es hat euch gefallen und ihr konntet einigermaßen mitkommen, was Reshape eigentlich tut. Und wir haben uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.